Hey hohe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge mit mir, den Teil der Keks und der Keks HD ist auch dabei. Heute haben wir, also in der letzten Folge haben wir sowas versucht das Haus zu bauen, nur ich habe das jetzt neu gebaut, so ein bisschen. Hier sieht man das, ich habe das andersherum halt so ein bisschen gebaut und der Keks HD hat da auch mit so Seilen, die von mir waren, einen Tisch gebaut. Der hält jetzt und so. Wir haben das Ding auch da gefunden. Ja und ich würde sagen, ciao.